hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video unglaublich aber der herr der sich hier gerade weg dreht sag mal richtig hallo der ist jetzt schon 15 jahre bei uns ja am 7 januar 2003 ist er eingezogen die beste entscheidung in meinem leben die ich habe irgendwie mal getroffen ja okay mein herzenspferd mein seelenpferd und ich habe mir einfach mal so gedacht so zum jubiläum überlege ich mir mal was tolles auf an mir rum zu ich habe nämlich aus jedem jahr wo ruby bei uns ist fünf bilder rausgesucht die in irgendeiner weise irgendwie eine bedeutung haben sei es jetzt auch turnierbilder sei es irgendwelche bilder ja freizeitmäßig oder einfach von uns und lädt sich total ins bild und habe mir halt einfach gedacht ich mache daraus mal ein kleines bilder video es ist total spannend zu sehen wie sich das pferd in den vordergrund rennt wie das pferd sich auch entwickelt hat also ihr werdet wirklich einen ganz jungen ruby sehen er kam ja auch mit sechseinhalb zu uns und da war noch ganz anders also ganz anders aus und viel mehr baby und alles und ja eigentlich zeigt dieses bilder video schön unsere geschichte in kurzformat wie gesagt fünf bilder pro jahr es war wirklich nicht einfach mich dazu entscheiden aber ich hätte am liebsten zehn bilder pro jahr genommen aber dann wäre das video glaube ich irgendwie eine halbe stunde stunde lang geworden deshalb fünf bilder pro jahr wie gesagt ich wünsche euch ganz viel spaß bei unserer zeitreise und sage jetzt schon an der stelle schon mal bis zum nächsten mal und genau genießt es wie ich es genossen habe ich habe jetzt schon mal Sophia im w 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018